Da wir kurz vor dem Release von Lego 2K Drive, einem neuwertigen Lego Racing Game stehen, dachte ich mir, das ist der perfekte Zeitpunkt, um sich mal wieder Lego Racers 2, einem Klassiker von 2001 zu widmen. Damals, als die Gummistiefel noch aus Holz und viele von euch noch flüssig waren, hing ich in Front auf dem Röhrenmonitor auf dem Wohnzimmerboden meiner Eltern und habe Lego Racers 2 gezockt. Ich hatte noch vage Erinnerungen an ein Open World Racing Game mit verschiedenen Welten, einer Story, die einen bis zum Racing King aufstehen ließ, die Möglichkeit, sich sein eigenes Auto zusammenzustellen, wilde Items, brutal herausfordernde Bosskämpfe, Bossrennen, Boss, Bosse. Und wir werden in diesem Video gemeinsam herausfinden, was davon bis heute standgehalten hat, was ich durch den Nostalgie-Faktor doch immer fühle und was davon einfach nur Schall und Rauch war. Willkommen zu meiner Kurzzusammenfassung und Nostalgie-Getränken-Review von Lego Racers 2. Gerne würde ich euch Stück für Stück durch die vorhin genannte Story führen und das Video anhand dieser strukturieren, doch leider gibt es keine. Also schon irgendwie so ein bisschen. Und ich glaube, wir futtern diese hier zum Frühstück mal ganz kurz weg, um uns anschließend dem atemberaubenden Gameplay zu widmen. Zum Ende von Lego Racers 1, welches ein klassisches und rein streckenbasiertes Rennspiel ist, stoßen wir den Rocket Racer von seinem Thron, der nun im zweiten Teil eine kleine Existenzkrise schiebt. Doch diese wird schnell durch eine ihm ins Gesicht klatschende Zeitung beendet, welche ihm eine neue Welt namens Sallax eröffnet. Zu welcher sich Rocky Schmocki auch umgehend auf den Weg macht, um sich dort im neuen Glanz wieder zum Rennkönig zu ernennen. Oder so ungefähr. Ich hab nur dieses Cinematic hier, um mir das alles aus der Nase zu ziehen. Eventuell hat er auch durch Lobbyarbeit den Titel bekommen, wer weiß das schon. Nur der beste Fahrer der Galaxis darf es nun mit ihm aufnehmen und dank der aggressiv großen Werbetafeln hat auch jede Menschen Alien, Ding, Seele, Bock sich zu beweisen und gegen ihn eine Runde zu flitzen. Und ja, so beginnt auch unsere Reise, sich als Rennfahrer einen Namen zu machen und letztendlich die Chance zu erhalten, den Rocket Racer erneut in eine Depression zu zwingen. Für meinen Charakternamen kam natürlich nur The Man in Frage. Wer diese Legende nicht kennt, der ist nun verpflichtet, sich einmal mein Lego Football Mania Video zu Gemüte zu führen. Das Spiel nimmt mich direkt zu Beginn schon mal hops, indem mir gesagt wird, dass ich mir eine Kopfbedeckung aussuchen kann, wenn ich will, mir aber gar nicht die Möglichkeit dazu gibt, keine auszuwählen. Bodenlos. Von der sehr limitierten Gesichts- und Klamottenauswahl etwas enttäuscht, drücke ich meinen Unmut mittels einer Kombination aus Polizistenoberteil und einer gelben Hose aus, was nun so aussieht, als hätte ich gar keine Buchse an. Wir werden im Laufe von Lego Racers 2 in insgesamt fünf verschiedene Welten reisen. Sandy Bay, Dino Island, Mars, Arctic und final Zalax. Zu Beginn jeder dieser Welten können wir uns einen vom Spiel vorgefertigte Karre auswählen oder uns selber eine zusammenschustern. Da es sich hierbei um ein verdammtes Lego-Spiel handelt, ist diese Frage natürlich rein obligatorisch und man erstellt sich natürlich selber ein Auto. Die an einer Hand abzählbaren vorgefertigten Bodenplatten mit Rädern sowie ein Klötzchenlimit von 20 Teilen lassen hier leider nur so die wirklich notwendigste Art der Individualisierung zu. Zudem ist es extrem nervig, sich durch die einzelnen Steine-Menüs zu suchen und letztendlich kam es mir bei jeder Autoerstellung zuvor, als würde ich mit der Vorstellungskraft und Kreativität eines Erwachsenen vor einer Leinwand stehen, aber leider nur die Zeichenskills eines Vierjährigen mitsamt eines einfarbigen Wachsmalstiftes besitzen, um meine Gedanken umzusetzen. Letztendlich habe ich mich für ein Design entschieden, das die Stärke meines Charakters durchscheinen lässt, in dem jeden überholten Rivalen mein doppelter Halten und präsentiert wird. Liebevoll taufte ich die Kara Ashomart 1000 und stürzte mich in die erste Welt. Sandy Bay Auf dieser Map beginnt unser Open-World-Erlebnis. Bestehen tut sie aus einem Strand, einem Berg, einem Tunnel und einer Stadt. Man kommt vom einen Ende der Map legit innerhalb von 30 Sekunden bis zum anderen. Auf Sandy Bay und allen kommenden Welten sind jeweils drei goldene Steine und zwei Minispiele versteckt. Also eigentlich nur ein Minispiel und eigentlich ist das auch kein Minispiel, sondern eine Beleidigung, aber zu den Minispielchen komme ich später noch. Sandy Bay hebt sich aber in vielerlei Hinsicht von den anderen Welten ab, weswegen ich unsere Erlebnisse hier mal etwas genauer beschreiben werde. Wir plauschen zunächst mit Sparky, unserem Guide und Freund. Und jeder, der jemals Lego Racer 2 gespielt hat, wird sich an die Art und Weise erinnern, wie die Charaktere in diesem Spiel reden. Es ist einzigartig, um es mal so zu formulieren. Meine Nostalgie war aber so hart am reinkicken, dass es mir irgendwie wirklich gefallen hat. Wir treffen uns mit den vier besten Fahrern von Sandy Bay. Fred, Mikey, Gavin und die Snuts und Kommissar Bobby. The Man macht... ...was The Man halt so macht. Und nun steht auf unserer To-Do-Liste, jeden einzelnen dieser Dudes in einem 1-gegen-1-Rennen zu besiegen. Also düsen wir los zur Baustelle, um uns den ersten Sieg unter den Nagel zu reißen. Direkt zu Beginn ziehen wir an unserem Rivalen vorbei und haben so die Möglichkeit, ihm für den Rest des Rennens meine zwei Gold-Gäben Wacken zu präsentieren. So oder so ähnlich verlaufen auch die anderen Rennen, in denen wir auf jeweils unterschiedlichen Teilen von Sandy Bay gegen den Postboten, Polizisten und Feuerwehrmann antreten. Bei letzterem fand das Spiel noch ausgesprochen wichtig, das hier zu tun. Ich weiß doch auch nicht, Leute. Ich weiß es doch auch nicht. Das Fahrgefühl selber ist ein Erlebnis. Sobald man auch nur einen Hauch zu stark in die Kurve geht, hört man direkt... ...und driftet unkontrolliert durch die Gegend. Wie auch immer, da wir uns auf Sandy Bay behauptet haben, darf The Man mit einem Zeppelin nach Dino Island fliegen. Und ab hier wird dieses Open-World-Feeling bzw. Open-Fußballfeld-Feeling komplett gekippt. Wir werden nun immer in eine solche Lobby hier geworfen, von welcher aus wir die unterschiedlichen Rennen auswählen können. Zwar haben wir noch die Möglichkeit, die Erkunden-Option bei Sparky auszuwählen... Warte, Sparky? Wie bist du hier hingekommen? Bin ich nach unserem herzerreißenden Abschied nicht alleine in Zeppelin gestiegen? Naja, also mit der Erkunden-Option landen wir in der Open-World und können hier ziellos umherdüsen, aber keine Rennen starten. Und auch sonst gibt es hier irgendwie nicht wirklich viel zu tun. Zwar finden die Rennen, was ich ganz cool finde, immer in derselben Welt statt und wir könnten in der Open-World schon mal ein bisschen rumfahren und uns mit allem vertraut machen. Von andererseits sind die Rennen, wenn man sich nicht mal versehentlich in den Abgrund deja-vootet, extrem leicht. Da es keinen einstellbaren Schwierigkeitsgrad gibt, habe ich mich teilweise extra etwas zurückfallen lassen, um das Gefühl eines Rennens zu haben. Und die mir zur Verfügung stehenden Items mal sinnvoll einzusetzen. Oder ich habe richtig Gas gegeben und den letzten Platz eingeholt, um sein Leid noch etwas zu vergrößern. Lego Racer 2 hat tatsächlich eine super saftig-nice Mechanik, dass man, wenn man von Power-Ups getroffen wird oder irgendwo zu schnell gegenfährt, Teile seines Fahrzeuges verliert. Und ehe man sich versieht, wird einem die Bodenplatte unterm Arsch weggezogen und man muss bis zur nächsten Reparaturstation, wovon es meist nur eine auf jeder Strecke gibt, joggen. I'm fast as far, boy! Hat auch nach 22 Jahren großen Spaß gemacht, seinen Konkurrenten den Begriff Autorennen etwas näher zu bringen. Hierfür haben wir insgesamt 7 Items zur Verfügung, die jetzt alle nicht so wirklich der Rede wert sind. Bis auf eines. Der Tornado. Das ist meiner Meinung nach das absolut stärkste und mit Abstand unfährste Item im ganzen Spiel. Hiermit können wir ein Tornado hinter uns setzen, der alle Karren in der Nähe random herumschlettern und somit niemanden für eine ganze Weile passieren lässt. Kombiniert man das noch mit den vielen Abhängen und Abgründen, darf sich jeder in diesem Tornado Gefangene glücklich schätzen, wenn er überhaupt noch ins Ziel kommt. Stellt euch mal vor, ihr seid schon letzter Platz, versucht einfach nur irgendwie klar zu kommen und dann überrundet euch der Erste, schwingt seinen gelben Knackarsch vor eure Karre und pustet euch für 20 Sekunden quer über die Map. Wenn ihr nicht schon vorher arm dran warst, dann bist ihr es jetzt auf jeden Fall. Aber in Deutschland gilt es dir ja bereits als arm, wenn du aus einer Schulter rauswächst, also naja. Ich muss mich auch by the way mal für die sehr unterschiedlich laute Hintergrundmucke und andere Sounds entschuldigen. Ich weiß nicht, was es ist und warum es so ist, aber manchmal ist die Hintergrundmusik kaum zu hören und im nächsten Moment knallt sie dir die Trommelfelder weg. Manchmal modernisiert sich mein Wagen auch spontan und ich bin für den Rest des Rennens mit einem Elektroauto unterwegs. Ah, diese Stille. Oh no, die Strecke führt am fließenden Wasser vorbei. Ach ja, und bezüglich meines Mimimis wegen dem zu leichten Schwierigkeitsgrad, ja, da hätten wir ja noch die Bossbosse. Welchen wir zum Ende jeder Welt gegenüber treten müssen und die haben es teilweise wirklich in sich und waren immer wieder ein kleines Highlight. Zum Ende von Dino Island stehen wir Sam Sennester gegenüber, der eine ordentlich schnelle Karre hat und immer wieder Ölfützen hinterlässt, die uns umherschlittern lassen. Doch wenig überraschend hatte der Kollege ohne seine Karre auf einmal nicht mehr so viel zu lachen und mein Sieg war schnell besiegelt. Hierdurch erhält The Man einen neuen Motor, der unseren Wagen von nun an ein ganzes Stück schneller macht. Der Endboss von Mars heißt legit Riegel. Sehr clever, lieber Entwickler. Und der streicht das Auto vom Autorennen gleich komplett und tritt in einem unzerstörbaren Roboter gegen uns an. Also um als Rennfahrer zugelassen zu werden, sollte man ja wohl mindestens vier Räder haben. Ja, okay. Mein Arschomad 3000 hier ist wohl auch kein Auto im klassischen Sinne. Diesen Schweblauf-Rennwettbewerb konnte ich mit dieser Abkürzung hier Oh, eine Abkürzung. Wie abwegig. Auch für mich entscheiden. Sparky stiftete mich noch dazu an, den Schildgenerator vom Roboter zu klauen, welcher uns zukünftig etwas zerstörungsresistenter machen wird. Warte, Sparky, wie bist du jetzt auf den Mars gekommen? Ich bin alleine in die Rakete gestiegen. Und zu guter Letzt haben wir noch meinen Lieblingsboss. Der Eisberg. Und ja, die Entwickler haben mittendrin wohl wirklich aufgegeben, hier ein Rennspiel zu entwickeln. Diese Halunke gibt wirklich Zero Fix und sprintet ganz geschmeidig schon vor dem grünen Licht los. Hinzu kommen noch diese Eiszapfen, die kontinuierlich hinter ihm auftauchen und einen komplett ausbremsen, sollte man sie nicht umfahren. Alles in allem ein wirklich schweres Rennen oder so. Keine Ahnung, man. Ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, als Kind hier wirklich lange dran gesessen zu haben. Doch auch hier konnte ich mit dem Abusen eine Abkürzung siegreich hervorgehen, woraufhin mir Eisberg, Wodka, Gorbatschow, äh Reifen gibt. Reifen, er gibt mir Reifen. Ja. Mit allen Upgrades in der Tasche können wir uns nun auf nach Zalax und zum Rocket Racer machen. Doch da es zu Zalax und Raketepuppete hier noch ein paar mehr Sachen zu sagen gibt, schieben wir erstmal die Minispiele vor. Also, in der Open World jeder Map lassen sich jeweils zwei Tornados finden. Fährt man dort hinein, landet man in einem Minispiel. Diese sind immer gleich aufgebaut. Sammel X und bringe es innerhalb der angegebenen Zeit zu Y. Auf Sandy Bay müssen wir als Taxifahrer Personen umherfahren, auf Dino Island sammeln wir Fässer, auf Mars Kristalle, in der Arctic Wetterballons und auf Zalax so Drohndinger. Warte, waren das nicht die Kristalle vom Mars? Haben die faulen Säcker als Kristalle wirklich einfach die Drohnen aus Zalax genommen? Oder wurde hier vor Release einfach vergessen eine PNG auszutauschen? Naja, diese Sammel- und Bringaktionen müssen wir halt jeweils zweimal für jede Welt machen. Belohnt werden wir im Anschluss immer mit einem kleinen Upgrade, welches wir in die Haftung, Leistung oder Schildes unseres Arschomaten stecken können. So, auf nach Zalax. Der wohl mit Abstand geilsten Map. Nachdem ich meinen Arschomaten 5000 zusammengebastelt hatte, habe ich mich direkt in die Rennen geschwungen. Wir treten nun bei jedem Rennen gegen die Zalax Racer an. Bei denen der eine so aussieht, wie der andere heißt. Und ich habe bei mir im Regal tatsächlich noch einen echten Zalax Racer namens Puls herumstehen. Mag die Dinger irgendwie voll gerne, keine Ahnung. Aber abgesehen davon befinden wir uns hier nun auf richtig abgespaceden Rennstrecken. Mit Rampen, Loopings, Tunneln und einer etwas zu lauten Zuschauerschaft ringsherum. Ich habe diese Rennen so enjoyed und war richtig hyped darauf, was wohl das finale Rennen gegen den Rocket Racer so in Pedo hat. Und Spoiler Alert, leider rein gar nichts. Das finale Rennen gegen Roger Rabbit bestreiten wir auf einer kreiswebigen Strecke, welche mit Rampen und Barrieren bestückt ist. Und Fun Fact, man ist durch den immensen Geschwindigkeitsverlust in der Luft tatsächlich schneller, wenn man die Rampen meidet. Als das einzig halbwegs Interessante an dieser Strecke sollte man, wenn man den zugegebenermaßen ordentlich flinken Rocket Racer besiegen will, nicht mal benutzen. Wow. Man merkt hier förmlich, wie den Entwicklern zum Ende hin die Zeit ausgegangen ist. Stellt euch mal vor, wie insane es gewesen wäre, den Rocket Racer auf einer Strecke entgegenzutreten, die uns mittels Portalen einmal durch alle Welten und deren wildesten Abschnitte führt. Aber nein, wir haben das hier. Mann, was war ich damals wie heute von diesem Rennen enttäuscht. Und einfach nur um meine Überlegenheit und Abneigung zum Ausdruck zu bringen, habe ich dieses finale Rennen mit dem Arsch voran beendet. Tja, da wären wir also. Der Mann bekommt ganz zurecht vom Rocket Racer seinen Pokal überreicht. Ey, lass los! Das ist meiner! Ey! Unten am Podest erwarten uns noch unsere Freunde aus Sandy Bay, Fred, Mikey, Gavin, Undies Nuts, Kommissar Bobby sowie Sparky und die Endgegner der anderen Welten, die uns allesamt nochmal gratulieren. Zurück in Sandy Bay genieße ich noch das Feuerwerk, welches in seiner Schönheit und Abwechslung die Reise bis hierher ganz gut widerspiegelt. Spaß beiseite, denn ich hatte wirklich große Freude an diesem uralten Klassiker mit all seinen Ecken und Kanten. Wenn ihr also mal ein Lego Rennspiel spielen wollt mit spaßigen Items, unterschiedlichen Welten, Minispielen und der Möglichkeit sich ein eigenes Auto zusammenzubasteln, dann kann ich euch nur empfehlen, noch ein paar Tage auf den Release von Lego 2K Drive zu warten. Bis dahin, tüdelü!